Hallo zusammen. Ja, der Trainer des FC Bayern hat es wirklich gesagt, ihr habt es gerade im Titel schon gelesen. Wir kommen gleich dazu. Der Zusammenhang ist die Aussage des Qatari-WM-Botschafters in einem Interview mit dem ZDF-Reporter, der jetzt gerade damit auf Tournee geht und bekannt wird, dass nämlich praktizierte Homosexualität im Islam verboten sei und dass es eine Mental Damage, eine psychische Störung sei. Ich denke, das brauchen wir hier in dem Video gar nicht weiter zu kommentieren als progressiver, aufgeklärter Europäer. Wissen wir natürlich, was davon zu halten ist und was den Islam betrifft, dem fehlte natürlich die Aufklärung. Das begründet alles. Als bei uns die Aufklärung vor 200 Jahren vorbei war, war natürlich Homosexualität in den westlichen Gesellschaften komplett etabliert. Aber wir schauen uns an, wie hier die Reaktionen vom Bayern-Trainer und von Goretzka ist nach dem Spiel gegen Werder. Sehr interessant. Die Bayern-Fans haben sich heute klar positioniert mit einem politischen Statement gegen homophobe Äußerungen von einem Katar-Botschafter. Sind Sie ein bisschen stolz auf die Fans, dass sie sich auch positionieren oder wie sehen Sie so eine Botschaft? Ja, stolz ist zu viel gesagt. Ich sehe es halt selbstverständlich an. Genauso, das gilt auch für uns. Es ist einfach eine völlig inakzeptable Äußerung gewesen und spiegelt so ein bisschen ein Weltbild wieder, glaube ich, aus einem anderen Jahrtausend. Da möchten wir uns klar von distanzieren und auch, ja, also es ist absolut inakzeptabel. Ja, richtig gutes Argument hier von Goretzka. Weltbild aus einem anderen Jahrtausend, das reicht, denke ich, um zu verstehen, dass das inakzeptabel ist. Denn das aktuelle Weltbild, was wir gerade hier haben, das ist gleichzeitig die moralische Sperrspitze der Menschheit, die überhaupt aktuell erreichbar ist. Kommen wir jetzt aber zum Trainer, weil er übertreibt es ein bisschen. Ja, absolut. Ich glaube, Homophobie hat nirgendwo was verloren. Ich habe die Aussagen auch nur gelesen und sind natürlich grenzwertig oder grenzüberschreitend. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wir bei Bayern stehen für Vielfalt, für eine bunte Gesellschaft, für alle möglichen Neigungen auf Sex und Natur. Für alle möglichen Neigungen sexueller Natur. Nochmal, vielleicht habe ich das missverstanden. Wir bei Bayern stehen für Vielfalt, für eine bunte Gesellschaft, für alle möglichen Neigungen auf Sex und Natur. Wir Bayern stehen für alle möglichen Neigungen auch sexueller Natur. Stehen wir Bayern wirklich für alle möglichen Neigungen sexueller Natur? Also da gibt es nämlich ziemlich viele Neigungen, Nagelsmann. Und eine ganze Menge davon sind schwere Straftaten, wenn man ihnen nachgeht. Ich glaube, das meint er nicht so, aber hat wohl nicht nachgedacht. Und demnach finde ich es gut, dass die Fans sich dagegen äußern und auch dagegen vorgehen. Ja, findet er super, weil die Bayern nun mal für alle möglichen sexuellen Neigungen stehen. Ja, der hat wahrscheinlich einfach das gesagt, was er denkt, was die Welt und die Fans oder der Reporter hier hören möchte. Ist ein Fußballer. Ich hoffe, ich hoffe, dass er das nicht so meinte, wie er es gesagt hat. Aber trotzdem mal eine andere Frage. Warum steht der FC Bayern überhaupt dafür? Früher, weiß ich nicht, vor 40 Jahren stand der FC Bayern noch für den besten deutschen Fußball. Bis vor 20 Jahren stand er aber immer noch für den besten, nicht unbedingt deutschen Fußball, aber den besten Fußball, den man in Deutschland aus der Welt sich zusammenkaufen konnte. Und heute steht er also für alle möglichen sexuellen Neigungen. Warum? Hat diese WM noch irgendwas mit Fußball zu tun? Geht es hier überhaupt noch um Fußball oder geht es nur noch um Kulturimperialismus? Ich habe wirklich ganz ehrlich Angst, dass die deutsche Nationalmannschaft es total übertreiben wird und dass Manuel Neuer in einem Kleidchen da auftreten wird und einen auf Cheerleader machen wird. Das meine ich im Ernst, ja? Kann ich mir wirklich vorstellen. Oder dass zwei deutsche Spieler sich küssen werden als Zeichen gegen Homophobie nach einem Tor oder irgendwas in der Art. Das ist schade, weil ich dachte, das hat noch etwas mit Fußball zu tun, aber anscheinend geht es hier in Wirklichkeit um etwas anderes, um ein klares Statement gegen Katar. Im Sinne feministischer Außenpolitik und universeller Menschenrechte, wie Baerbock sagte, gegen Iran oder eben gegen Katar. Das wird eine sehr interessante WM, wo wir allen möglichen sexuellen Neigungen frönen können werden. Ja, freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.